Dieses Jahr wird Hogwarts zum Schauplatz einer legendären Veranstaltung. Ein trimagisches Turnier. Von diesem Augenblick an ist das Turnier eröffnet. Der ausgewählte Schüler muss drei gefährliche Aufgaben überstehen. Nur einer wird in die Geschichte eingehen. Nur einer gewinnt ewigen Ruhm. Untertitelung des ZDF, 2020 Er kommt näher. Ich spür's. Dieses Jahr wird Hogwarts zum Schauplatz für eine legendäre Veranstaltung. Das Trimagische Turnier. Das Turnier führt drei Schulen zusammen. Ich steh drauf, wenn Sie das machen. Für eine Reihe magischer Wettkämpfe. Ich wollte wissen, ob du mich vielleicht auf den Ball begleiten willst. Junge Liebe! Mr. Weasley, legen Sie Ihre rechte Hand auf meine Hüfte. Wohin? Von jeder Schule wird ein Schüler ausgewählt, um drei lebensgefährliche Aufgaben zu lösen. Nur einer wird in die Geschichte eingehen. Nur einer gewinnt ewigen Ruhm. In diesem Turnier kommen Menschen ums Leben. All das habe ich mir nicht gewünscht. Ich will keinen ewigen Ruhm. Ich hab Angst um dich. Ich kenn das nicht. Du hast keine Wahl. Du bist der Junge, der überlebt hat. In diesem Jahr... Du bist in Gefahr, Harry. ...wird seine größte Prüfung... In einem Turnier zu kämpfen, ist nicht mehr genug. Was heißt das? Zur dunkelsten Stunde. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Der dunkle Lord wird wieder aufsteigen. Harry! Harry Potter und der Feuerkelch.